Hallo Leute, ich hatte dieses Jahr ein Ziel, ein sportliches Ziel und ich bin das angegangen letzten Sonntag und davon wollte ich euch in diesem Video erzählen. Für alle Radsportbegeisterten und Leute, die die Tour de France vielleicht jetzt gucken, die läuft ja aktuell und auf jeden Fall wollte ich euch davon erzählen. Und zwar, letztes Jahr hatte ich einen Rekord aufgestellt im Langdistanzfahren mit einem schweren Mountainbike, kein Rennrad und ich bin letztes Jahr 79 Kilometer gefahren. Ich habe leider kein Video dazu gemacht, sonst hätte man einen ganz coolen Vergleich, denke ich. Und auf jeden Fall bin ich dieses Jahr drangegangen, habe gesagt, ich habe ein sportliches Ziel, ich möchte die 100 Kilometer erreichen, also 20 Kilometer weiterfahren und ich bin dieses Ziel am Sonntag angegangen. Also die kurze Vorgeschichte, ich habe davor natürlich trainiert, also ich bin rausgefahren mit dem Fahrrad, bin Strecken gefahren, 30, 40, 50 Kilometer und auch auf Geschwindigkeit gefahren und dann einen Tag vor der Tour, vor der großen Tour, die am Sonntag jetzt stattgefunden hat, habe ich Pause gemacht, ja, um meine Beine wieder, ja, sich regenerieren zu lassen. Jeder kennt das, wenn du jeden Tag fährst, dann spürst du richtige Müdigkeit in den Oberschenkeln und dir fehlt einfach der Druck in den Beinen, aber wenn du ein bisschen Pause machst, dann merkst du und dann nach der Pause wieder fährst, dann merkst du, du hast wirklich wieder richtig Druck in den Beinen. Und auf jeden Fall habe ich also den Tag davor Pause gemacht und an dem Tag, wo ich Pause gemacht habe, habe ich mit Kohlenhydraten geladen, massivs geladen, ich habe den ganzen Tag lang gegessen, ich habe den ganzen Tag an irgendwas, ich habe erstmal Bananen gekauft, 20 Bananen oder sowas, dann habe ich mit Bananen geladen, ich bin aufgestanden, normalerweise esse ich erstmal nichts und an diesem Tag habe ich aber direkt mit Bananen den Tag angefangen, zwei Bananen, glaube ich, habe ich gegessen und danach habe ich mir irgendwas zu essen noch gemacht, zwei Stunden danach oder was, gab es einen großen Smoothie, zwei Stunden danach gab es eine große Schüssel Nudeln und alles Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, in dem Smoothie waren auch 100 Gramm Datteln und Dattelsirup drin und also richtig übertrieben und dann den Rest des Tages habe ich auch weitergeladen, habe abends nochmal Bananen gegessen und habe einfach nur geladen, geladen, geladen und auf jeden Fall habe ich mich also am Tag davor mit Kohlenhydraten aufgeladen und dann kam der Sonntag, an dem die Tour stattgefunden hat, es war brutalstes Wetter, keine Wolke am Himmel, 30 Grad, Windstille, wobei bei der Tour leider keine Windstille war, ja, als ich dann unten am Rhein angekommen bin und ich wohne hier auf einem Berg, diesen Berg musst du erstmal runterfahren bis zum Rhein, sind es ungefähr 17 Kilometer, fast nur Berg runter fährst du, ja, also musst du auch berghoch beim Zurückfahren und auf jeden Fall bin ich also zum, erstmal bei uns durch den Wald, ich bin so ein Riesenumweg zum Rhein gefahren, fahre ich immer durch den Wald und dann bin ich zum Rhein gefahren und dann, als ich am Rhein angekommen bin, habe ich mich für eine Seite entschieden, ja, und dann bin ich diese Seite 50 Kilometer gefahren, ich hatte einfach, ich habe ja mein Handy am Fahrrad dran und da läuft Strava und damit lasse ich alles messen, das zeigt ja alles mögliche an und habe mir gesagt, okay, du fährst jetzt diese Richtung, bis du 50 Kilometer erreicht hast, ja, bis da steht, du bist 50 Kilometer gefahren, dann bin ich gefahren, gefahren, gefahren und es war eine sehr, sehr lange Tour, die Tour hat insgesamt gedauert, 7 Stunden, 46 Minuten und 36 Sekunden, also es war eine sehr lange Tour und ich habe mein Ziel erreicht, ja, ich bin 100,45 Kilometer gefahren auf einem schweren Mountainbike, das wiegt so circa 20 Kilo, also wenn ihr Rennfahrer seid oder so und ihr habt euer Rennrad mit, das 6, 7 Kilo wiegt, ja, könnt ihr gar nicht vergleichen, da würde ich einfach mal behaupten, dass ihr die doppelte Strecke fahren müsst, dann seid ihr so leistungstechnisch, glaube ich, gleichauf, behaupte ich jetzt einfach mal, weil dann ihr wisst, dass das Gewicht des Fahrrads einen massiven Einfluss darauf hat, wie man fährt und wie schnell man fährt und wie man sich anstrengt und ich habe halt ein sauschweres Mountainbike, aber ich habe kein Problem damit, ich stehe nicht so auf Rennräder, auf diese Hauchdünnräder, die platzen und so, bei mir ist noch nie ein Reifen geplatzt, ja, und ich fahre immer durch den Wald und so und auf jeden Fall, ne, also bin ich 104, 100,45 Kilometer gefahren in 7 Stunden 46, ich habe drei Pausen eingelegt, so, es ging ganz gut los, ja, ich bin um 11 Uhr morgens losgefahren, weil ich wusste, ich werde den ganzen Tag lang fahren, ich bin um 11 Uhr morgens losgefahren, natürlich habe ich mich vorher wieder mit Kohlenhydraten vollgestopft, ja, das habe ich bei mir selbst so erfahren, ich funktioniere viel besser, wenn ich einen vollen Bauch habe, ich bin auch schon mal mit leerem Bauch losgefahren, so eine 60 Kilometer Tour und mir ging es mies, ja, mir ging es einfach nur mies, ich hatte so ein elendes Gefühl im Bauch, so im Bauchnabelbereich, so ein Ziehen, so ein elendes Gefühl, ich kenne das auch früher vom Fitnessstudio, wenn ich nüchtern trainieren gegangen bin, eben so, als würde jemand von innen, von der Innenseite am Bauchnabel ziehen, ja, so ein Gefühl hatte ich so beim Training, immer so ein unangenehmes und von daher habe ich diesmal bei der Tour, habe ich mir einen Smoothie gemacht, ja, einen 2 Liter dickflüssigen Smoothie, da waren wieder 100 Gramm Datteln drin und 7 Bananen, glaube ich und ein bisschen Grünzeug und Ingwer und solche Sachen, ne, ganz klar, einen Apfel, und auf jeden Fall habe ich mir diesen Mega Smoothie erstmal reingeknallt, direkt vor der Tour, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir diesen Smoothie vollgeknallt, so damit mein Bauch voll ist, damit ich genährt bin und mich wohlfühle, ich habe mir 4 Bananen eingepackt, 1 Liter Apfelsaft und 1 Liter stilles Wasser und dann bin ich losgefahren mit Rucksack und hatte dann diese Tour ungefähr bei Kilometer 60, wurde mir schlecht so ein bisschen, ja, mir wurde so ein bisschen übel, das ist wohl das Zeichen des Körpers, dass der Körper so sagt, Junge, es reicht langsam, ne, das ist zu viel, zu viel für dein System und, ja, ist aber zum Glück weggegangen, diese Übelkeit, so bei Kilometer 70 oder sowas war diese leichte Übelkeit dann weg und ich bin einfach immer weitergefahren, immer weitergefahren, ich dachte zum Teil, dass ich es nicht schaffe, ja, ich hatte so Gedanken, so bei Kilometer 70 auch, als mir schlecht geworden ist, bei Kilometer 60, dachte ich so, ey, 40 Kilometer, ich weiß ja, wo ich bin, ne, es ist noch so elendig weit und der Berg hat ja noch nicht mal angefangen, wie gesagt, die letzten 17 Kilometer ist berghoch und auf jeden Fall dachte ich zum Teil schon, ich werde es nicht schaffen, ja, keine Ahnung, was man dann macht, weiß ich nicht, wäre ich hier nicht reingesprungen, so mit, ich weiß nicht, mit einem Stein am Bein, um das alles irgendwie zu bänden oder so, ich weiß nicht, ne, aber, ähm, auf jeden Fall, äh, dachte ich, äh, zum Teil, ich schaffe das nicht, aber ich habe einfach immer weiter gedreht und ich hatte Kopfhörer drin und da lief dann Musik auch, ne, und, äh, also ich habe mir da neue Musik draufgeladen und ein Podcast und so, also ich höre mir da ein bisschen Gelaber an und auf jeden Fall bin ich dann gefahren, gefahren und habe es dann natürlich doch geschafft, ja, der Berg war anstrengend, aber, ähm, das ist irgendwie immer so, dieser Bergkampf, da, wo man sich richtig anstrengen muss, und es war ja elende Hitze, da, wo man sich anstrengen muss, dann kriegt man irgendwie so einen Adrenalin-Rush oder sowas und man, man kriegt so Glückshormon-Ausstoß und man fühlt sich voll gut, ja, deswegen mag ich irgendwie diesen Bergkampf immer, auch wenn es elendig anstrengend ist und, ähm, man ist einfach nur klatschnass durchnässt, vor allem bei der Hitze und auf jeden Fall habe ich es aber geschafft, ja, mir ging es auch ganz gut am Ende, ich bin natürlich nach Hause gekommen, meine Beine waren so mega, mega tot, ja, die, die Sache, die Probleme, die ich da, äh, die ich da hatte bei der Fahrt, das war, meine Hände sind natürlich eingeschlafen, ganz klar, wie immer bei so langen Strecken, egal wie du das Lenkrad hältst, ich habe ja so ein Spezial-Lenkrad, ja, wo du alle möglichen Handpositionen machen kannst und auf jeden Fall, ähm, äh, hatte ich da die Handprobleme und dann hat mein Arsch auch wehgetan irgendwann auch, obwohl ich voll den mega dicken Sitz habe und so und gepolstert mit Gelpolsterung und so ein Zeug und auf jeden Fall irgendwann, so, ich glaube, bei Kilometer 70 hat alles aufgehört, ja, mir war nicht mehr übel, ich habe meine Hände nicht mehr gespürt, also keine Probleme mehr mit den Händen, mein Arsch hat nicht mehr wehgetan, ich glaube, da hat der Körper einfach nur gesagt, okay, äh, ich merke, du wirst weiterfahren müssen, ja, deswegen schalte ich einfach alles ab und bei mir ist einfach alles weggegangen, alle Schmerzen und ich bin einfach gefahren und einfach nur wie ein Roboter, einfach nur funktioniert, funktioniert, funktioniert und auf jeden Fall, ähm, bin ich dann, zum Glück ist das alles weggegangen, weil das war echt einfach nur noch, äh, hart, da drauf zu sitzen und, äh, ja, so war meine Tour, Leute, ich werde auch ein Bild hochladen auf Instagram, wo ich ein Foto gemacht habe von meiner allerletzten Pause, die ich gemacht habe, äh, ungefähr Kilometer 75 oder so war das und, äh, ja, das war meine Fahrradtour, Leute, soll auch für euch so ein bisschen Ansporn sein, falls ihr Fahrrad fahrt oder sowas, macht mal so eine richtige Tour, ist eine ziemlich coole Sache, macht mega Spaß, so ein bisschen Herausforderung, ich brauche immer die Herausforderung, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache, vielleicht mache ich das nicht nochmal, weil das war, das war einfach zu viel, das war einfach zu lang und, äh, aber nochmal so eine große Tour oder eine große Tour werde ich auf jeden Fall bestimmt nochmal machen, weil es einfach Spaß macht, nur nicht unbedingt so extrem lang machen, okay, von daher, Leute, das war mein kurzer Erfahrungsbericht für alle Leute, die das interessiert, ja, die sich für Radfahren interessieren, das war mein Erfahrungsbericht zu meiner längsten Tour, ich habe mein Ziel erreicht und von daher, ich erreiche eigentlich immer meine Ziele, immer wenn ich ein Ziel habe, dann erreiche ich das auch, weil ich das einfach angehe, ich mache es einfach, ich wusste, es wird hart sein und anstrengend und das mir kotzig sein wird oder sowas, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich bin einfach so, ne, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich das, einfach immer machen, von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, das war mein kurzer Fahrradfahrbericht und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen, Peace!